hallo leute willkommen zu einem neuen video machen wir lustige sache wir machen wir spielen vielleicht wir tanzen tanzen zur musik wir machen viele verschiedene sachen die spaß machen falls jemand vorbeikommen will einfach anrufen hier ist die telefonnummer einfach anrufen machen mein termin aus schau mal was wir machen könnten ja ich überreiche mein freund und ja er hat ja schon sachen gesagt und ja wir können einen termin machen in einem park welche spiele von eurem land und dann in irgendeinem park neben euch dann ein video machen und spielen ja 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 Auf seinem Kanal, Loro Haarich, und viele freshen News und Videos und alles toll und alles dran. Folgt dem Kanal auf jeden Fall, wieder lasst meinem Video ein Like da und kommentiert, wer das noch sein muss. Liked alles mit dazu, außerdem folgt auch meinem Instagram-Account, angelo.briski Hier ist Ryan-Ware 12 Ich danke, ich bin heute so wirklich mit meiner Zeit los. Ja, wir sind heute mit meinen Freunden hier. Wir waren gerade beim Training. Vor dem Training waren wir im Stadioncenter, leider kein neues Guthaben gefunden. Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Und jetzt turniert Laurent für das Spiel und ja, also die Turnieren passen und ja, Schlöwen, Ju14 und jetzt hat Laurent gehalten, schießt, Loli haltet, andere Spieler und wieder, Loli haltet das Ball wieder, jetzt, jetzt haltet das wieder, guter Tormann, Skills, jetzt kommt wieder Schuss und Loli haltet wieder und drückt den Daumen und ja, liken und abonnieren und dann den Laurentarisch-Kanal und bis später, tschüss. Ja, hallo, hier ist wieder Benni, hier sieht man, dass sich die Mannschaften aufhören, sie schießen ein bisschen und Loli ist im Tor. Also, ja, ich musste gleich auch gegen Marswiese, ja, ich spiele bei Osbonu 14 und werde jetzt dann gegen Marswiese auf 14 spielen. Ok, tschüss. Sie machen die Mauer. Begegnung zur Position. Beginn. Der passt zu seinem Mitspieler, der Nummer 10. Levin hat den Ball. 10. 3. 3. 10. 5. 7. 7. 7. 8. 7. 10. 10. 11. 10. Slyvon passt zu seinem Mitspieler. Slyvon hat den Ball, passt zu seinem Mitspieler. Slyvon passt zu dem Nr. 9. Slyvon hat den Ball. Slyvon hat den Ball. Slyvon passt zu dem Nr. 6. 10. Nr. 10. Passt zu dem Nr. 5. Schießt! Nr. 9. Der Thomas von Slyvon hat den Ball gehalten, er schießt ganz hoch. Sie machen Reifen, sie gewechselt. Slyvon hat den Ball. Slyvon hat den Ball. Slyvon hat den Ball. Slyvon hat den Ball oder Slyvon? Slyvon passt zu dem Nr. Hat de Alexander schon gebildet? Wo ist er? Keine Ahnung. Nummer zwölf schießt und... Nummer zwölf. Nummer zwölf. Nummer zwölf. Nummer zwölf. Nummer zwölf langsamer Ball. Tschüss! 2 zu 0 steht. Ein Wurf für Schlubbern. Schlubbern macht einen Wurf und der Ballstraußenschlubern hat einen Wurf. Schlubbern schießt. Jetzt hat er den Gegner Ball. Schlubbern hat einen Ball. Schlubbern passt in die Nummer 7. Nummer 7 passt in die Nummer 4. Nummer 4 passt in die Nummer 6. 3 passt in die Nummer 3. Schlubbern hat einen Ball. 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 Die Nummer 4. Konan hat den Ball, Stefan hat den Ball. Nummer 16. Nummer 9. Nummer 9. Nummer 10. Schauen wir mal. Da war schon lange Zeit nicht drinnen. Bald ist der Mensch am Ende. Und schauen wir mal, wie gut sie spielen. Slovan, Konan hat den Ball. Voll! Das ist jetzt zu Lolli. Zu Laurent. Nur 5 hat den Ball zu den... Super Lolli! Geh, 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 geh! Okay, Konan hat den Ball. Ball ist draußen. Hm. Hm. Konan hat den Ball. Ja. Ja. Schießt so. Super. Jetzt hat Slovan den Ball und der auch. Schießt so. Schießt. 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 Der Kart多spiel pitches zu Ende. Der Spiel ist zu Ende. Und bei Lolli ist kein Ball reingegangen. Ist doch egal, er hat nur gespielt für drei Minuten. Kulmir hat gewonnen.